In diesem Video sprechen wir über den Nummer 1 Grund, aus welchem autistische Menschen in unserer Gesellschaft diskriminiert werden. Und wir sprechen über den Trendbegriff Ableismus, welcher in den letzten Monaten und Jahren immer und immer wieder auch im Hinblick auf Autismus zu hören ist und werden dabei feststellen, dass dieser Begriff teilweise sehr überdehnt wird. Und Aktivisten und Aktivistinnen in diesem Bereich häufig auch eine Diskriminierung von Autisten sehen, wo es gar keine gibt. Das alles und noch viel, viel mehr bekommt ihr in diesem Video, bleibt also auf alle Fälle ganz bis zum Ende dran. Ja, Autisten werden diskriminiert, das weiß jeder Autist, denn jeder Autist hat am eigenen Leibe teils massivste Diskriminierungen erfahren. Die Diskriminierung fängt schon an in Film und Fernsehen, wo Autisten ausschließlich als die außergewöhnlichen Sonderlinge, als die Kuriositäten gezeigt werden, nie aber als individueller, vollwertiger Mensch. Die Diskriminierung gibt es aber natürlich auch im Berufsleben. Die Diskriminierung gibt es auf den Arbeitsämtern, gibt es in der Schule, im Freundeskreis, ja selbst von den eigenen Eltern. Werden manche Autisten aufgrund ihres Autismus diskriminiert. Last but not least werden Autisten sogar von Fachleuten diskriminiert, obwohl die Fachleute zum einen natürlich tiefgehend um den Autismus wissen und zum anderen natürlich auch aufgeklärt sein sollten über die Gefahr, Klienten oder Menschen zu diskriminieren. Und trotzdem werden Autisten von Fachleuten häufig diskriminiert. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, über welchen wir in diesem Video hier sprechen werden. Wir müssen jetzt natürlich erst einmal ein paar Dinge klarstellen, um diese ganze Thematik allumfassend zu begreifen. Diskriminierung, ja was ist das überhaupt? Diskriminierung ist eine Beurteilung eines Menschen aufgrund zum Beispiel der Diagnose Autismus. Dass man dann einem individuellen Menschen meistens auf negative Art und Weise, es gibt auch eine Form der positiven Diskriminierung, da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen, negative Eigenschaften unterstellt, nur weil ein individueller Mensch zum Beispiel eine bestimmte Diagnose hat. Ja und in diesem Zusammenhang fällt auch ganz, ganz häufig der Begriff Ableismus. Ableismus bedeutet in seiner grundlegendsten Form die Beurteilung eines Menschen aufgrund seiner Fähigkeiten. Und Beurteilung heißt hier natürlich im Hinblick auf den menschlichen Wert. Dass man also zum Beispiel sagen würde, ein Rollstuhlfahrer, das ist nur ein Beispiel, ist weniger wert als Mensch, als andere, weil er im Rollstuhl sitzt, weil er nicht die Fähigkeit hat zu laufen. Das wäre Ableismus von seiner grundlegenden Definition her. Ja und wie gesagt, den Begriff Ableismus im Rahmen dieser ganzen Diskriminierungsdebatte, den hören wir immer und immer wieder auch im Hinblick auf Autismus. Dass zum Beispiel gesagt werden würde, lieber Autist, weil du qualitative und quantitative Einschränkungen hast, was deine Interaktion und Kommunikation mit anderen Menschen anbelangt, das ist ja nun einmal ein Muss-Kriterium für die Diagnosestellung Autismus. Deswegen bist du weniger wert. Du bist kein vollständiger Mensch. Das wäre Ableismus. Wir sehen aber natürlich, dass in den sozialen Medien von Aktivisten, Aktivistinnen und auch von den Autisten teilweise selbst der Begriff Ableismus sehr überdehnt wird. Wenn ich zum Beispiel die, ich sag's einmal ganz krass, die Realitätsfeststellung mache, wenn ich einfach feststelle, ausspreche, was ist, nämlich dass autistische Menschen eben diese qualitativen und quantitativen Einschränkungen im sozialen Miteinander, in der sozialen Kommunikation haben, müssen sie, wenn es ist das Diagnose-Kriterium und ohne, dass sie diese Eigenschaft erfüllen, wären sie keine Autisten, dürfte die Diagnose nicht gestellt werden, dann heißt es hier auch ganz, ganz häufig, das wäre von mir schon ein Ableismus. Aber das ist es natürlich nicht, weil ich nicht den individuellen Menschen hinter dem Label Autismus in irgendeiner Art und Weise im Hinblick auf seine Menschlichkeit beurteile. Das ist hier ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und hier kommen wir natürlich auch schon an eine gewisse Grenze, was das ganze Thema Diskriminierung anbelangt, was das ganze Thema Beurteilen von Fähigkeiten, Beschreibungen von der Realität und so weiter im Hinblick auf Autismus anbelangt. Und da habe ich auch ein sehr, sehr schönes Beispiel aus dem Berufsleben autistischer Menschen für euch mitgebracht, um das wirklich zu verdeutlichen. Es ist einfach so, dass wenn ein Autist aufgrund seines Autismus bestimmte Fähigkeiten nicht mitbringt für einen bestimmten Beruf, dann ist es keine Diskriminierung, wenn dieser Autist den Job nicht bekommt. Es wäre eine Diskriminierung, wenn man einem Menschen unterstellt, ohne sich das Individuum genau angeschaut zu haben, dass nur weil er eine Diagnose hat, nur weil man mal gehört hat, hey, der ist ja Autist, ihm einfach fälschlicherweise unterstellen würde, etwas nicht zu können und ihm deswegen den Job nicht zu geben oder einfach zu sagen, ich will keine Autisten in meinem Betrieb. Das ist Diskriminierung. Aber wenn jemand eine bestimmte Eigenschaft de facto nicht mitbringt und die Ursache dafür der Autismus ist und diese Eigenschaft benötigt wird für den Beruf, ist es keine Diskriminierung, diesen Menschen nicht einzustellen. Und ich hatte vor, ach, das ist ja schon ein paar Jährchen her, als ich mal für ein anderes Video recherchiert hatte, hatte ich bei der sehr ehrenswerten und auch natürlich sehr empfehlenswerten und kauft alle die Bücher, Frau Dr. Preismann, sollte jedem von euch ein Begriff sein, hatte ich in einem ihrer Bücher, frag mich bitte nicht mehr in welchem, eine Fallbeschreibung gelesen, dass dort ein junger Mann mit der Diagnose Asperger-Syndrom, wird es wahrscheinlich gewesen sein, gewesen ist, dessen Spezialinteresse Filme und Filmschnitt gewesen sei. Und in diesem Abschnitt des Buches von Frau Dr. Preismann ging es halt eben um die Probleme von autistischen Menschen, eine Ausbildung, einen Job oder auch nur einen Praktikumsplatz zu bekommen und dass eben dort Autisten mehr oder weniger systematisch benachteiligt werden würden, weil sie Autisten sind. Ja, und da war dieser junge Mann, welcher eben als Spezialinteresse den Filmschnitt hatte und der hat jetzt, hat bekommen tatsächlich einen Praktikumsplatz in einer, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Filmproduktions, Filmschnitt, Studio, whatever, irgendwas aus dem Bereich. Und da hat die Frau Preismann dann beschrieben, dass ja leider dieser autistische junge Mann den Job nach dem Praktikum nicht bekommen hat, obwohl doch sein Spezialinteresse der Videoschnitt wäre. Und man hätte diesen jungen Mann ihm keine Aufgaben gegeben, er hätte den ganzen Tag während seines Praktikums nur im Büro rumgesessen, hätte nichts zu tun gehabt, hätte seine Stärken deswegen nicht zeigen können und so weiter und so fort. Ja, und dann das ungerechte Schicksal am Ende, er bekommt den Job. Als ich dieses Beispiel damals gelesen habe, hat mich ein sehr unwohliges, oder habe ich verschiedenste Störgefühle einfach bekommen. Ich weiß ja aus meiner Zeit, wir alle, also ich zumindest, ich bin auf die Regelschule gegangen, erste Realschule, dann ein Praktikum, ja, haben ja alle Praktika gemacht. Und das, was uns immer dort eingebläut wurde in der Schule, ist zum Beispiel gewesen, Jungs und Mädels, wartet nicht drauf, dass man euch Aufgaben gibt, sondern fragt immer wieder nach Aufgaben, zeigt euch engagiert, ja, sagt, hey, was kann ich als nächstes tun, ich möchte was tun, zeigt euch arbeitswillig. Und genau das ist ja das, was in dem Beispiel beschrieben wurde, was ja anscheinend dieser autistische junge Mann nicht getan hat oder eventuell gar nicht konnte. Aufgrund seiner qualitativen und quantitativen Einschränkungen, was das Sozialverhalten anbelangt und vielleicht auch, ja, weil er einfach sehr schüchtern und zurückgezogen war. Und dann hat eventuell, und das ist das gute Recht, dass, ja, seines Chefes, dessen, der ihm den Praktikumsplatz gegeben hat, gesagt, diesen Mitarbeiter, den können wir hier einfach nicht gebrauchen, der ist vielleicht einfach zu passiv, ja, whatever, denn er muss es ja später bezahlen, er muss ja das Gehalt dieses autistischen Menschen bezahlen. Und auch in diesem Fall ist es, so wie ich das sehe, keine Diskriminierung, diesen jungen Mann nicht eingestellt zu haben. Und ich habe ja vorhin gesagt, es gibt auch eine positive Form der Diskriminierung. Positive Form der Diskriminierung würde zum Beispiel sein, wenn man sagen würde, alle Autisten sind hochbegabt. Das ist eine positive Diskriminierung. Wäre es nicht eigentlich eine positive Diskriminierung gewesen, jetzt diesen jungen Mann einzustellen, nur wegen seinem Autismus als ein Almosen, obwohl er nicht die Leistungen gezeigt hat, die vielleicht andere Praktikanten in dem Bereich zeigen. Und sei es auch nur, sich gut ins Team zu integrieren. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, auf die ich euch jetzt schon mal anteasern, vorbereiten möchte, wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, warum werden eigentlich Autisten überall diskriminiert. Ja, ein letzter Satz noch dazu. Es gibt ja inzwischen Arbeitgeber, welche gezielt Autisten einstellen. Ist nicht auch das eine positive Diskriminierung und somit vielleicht sogar abzulehnen, weil immer noch Diskriminierung? Wie kann es denn sein, dass jemand nur, weil er Autist ist, irgendwo eingestellt wird? Ist das nicht eine ganz schöne Reduzierung des individuellen Menschen mit seinem individuellen Menschsein auf seine Diagnose, auf seine Behinderung, auf seine Störung, wenn man das so sagen möchte? Wir sehen also, das ganze Thema Diskriminierung ist ziemlich komplex, meine Lieben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, weil es so viele Fürs und Widers und Dies noch und Das noch zu bedenken gibt, dass wir hier auch Augenmaß bewahren und nicht mit der Ableismuskeule zum Beispiel wild um uns schlagen und alles und jedem und überall Ableismus unterstellen und vielleicht sogar sagen, das ist ja der Gipfel, das Sahnehäubtchen dieser ganzen Debatte immer. Autisten haben ja gar keine qualitativen und quantitativen Einschränkungen, weil in dieser speziellen, sehr konstruierten Situation, die einmal in zehn Jahren vorkommt, ich übertreibe jetzt bewusst, haben Autisten ja einen winzigen kommunikativen Vorteil gegenüber Nicht-Autisten und somit ist ja bewiesen, dass es alles Quatsch ist und so weiter. Wow. Das ufert wirklich aus. Es ist ganz wichtig, hier Augenmaß zu bewahren, zu behalten, denn sonst fordere ich von diesen Aktivisten auch, dass sie zum Beispiel die Arbeitgeber kritisiere, weil sie Menschen einstellen, nur weil sie Autisten sind oder Autismus als die Zugangsberechtigung für irgendetwas, whatever, nehmen. Jetzt sprechen wir aber mal, wo wir jetzt mal geschaut haben, weil ich glaube, das ist so wichtig für diese überemotionale, aufgeblähte Debatte, was Diskriminierung nicht ist. Jetzt schauen wir uns mal an, warum Autisten eigentlich tatsächlich so krass diskriminiert werden. Natürlich, das muss ich vorab schicken, Diskriminierung ist ein weites Feld. Es gibt Leute, die werden diskriminiert, weil sie rote Haare haben. Es gibt Leute, die werden diskriminiert, weil sie nur 1,60 groß sind. Es gibt 1,000,000 individuelle Gründe, warum irgendwer irgendwie diskriminiert wird und natürlich auch im Hinblick auf Autismus gibt es auch, was die autismusspezifischen Eigenschaften anbelangt, 1,000,000 Gründe, Winkel, Betrachtungsweisen, warum diese und jene Eigenschaft in welchem speziellen Kontext Autisten diskriminieren. Das kann ich nicht, weil ich ja auch nur ein menschliches Wesen bin, trotz meines Autismus, nicht in diesem Video alles abhandeln. Ich möchte deswegen den Nummer 1 Grund nennen, unabhängig von dem, was ich jetzt alles schon gesagt habe, warum Autisten überall diskriminiert werden und selbst bei Fachleuten, welche doch eigentlich es sehr viel besser wissen sollten. Wir alle kennen Menschen, die sind uns einfach unsympathisch, obwohl es gar keinen objektiven Grund dafür gibt. Zumindestens ich kenne solche Leute und ja, ich kenne auch Leute, die sind mir einfach nur zutiefst sympathisch, auch wenn es keinen objektiven Grund dafür gibt, auch wenn diese Person das eigentlich gar nicht verdient hat, dass ich sie so sympathisch finde. Und diese Gründe liegen sehr, sehr häufig, jetzt mal zum Beispiel vom generellen Aussehen unabhängig, liegen in der Art eines Menschen. Und die Art eines Menschen wird überwiegend nonverbal kommuniziert. Das heißt, Gestik, Mimik, Körperhaltung, wie geht jemand, Körpergeruch natürlich auch mitunter, Stimmmelodie, diese Dinge. Und abgesehen vom Körpergeruch, der ja nun mal wirklich nichts mit Autismus zu tun hat, haben, das haben wir jetzt am Anfang des Videos schon, ja als Sach-, als Ist-Feststellung, als Beschreibung der Realität festgestellt, Autisten, qualitative und quantitative Einschränkungen in all diesen eben genannten Punkten. Gestik, Mimik, Körpersprache, Stimmmelodie und so weiter und so fort. Ja, und darüber hinaus übrigens auch noch, was das kontextuelle Verstehen von Sätzen, Aussagen, Redewendungen und so weiter anbelangt. Ihr wisst, worüber ich hier spreche. Und da Autisten in diesem Bereich häufig Einschränkungen haben, wirken sie auf nicht-autistische Menschen, welche Gestik und Mimik intuitiv verarbeiten und über Gestik und Mimik und die anderen hier genannten Dinge Sympathie aufbauen oder nicht aufbauen. Sich über diese intuitive Verarbeitung, nonverbale Signale auch auf andere Menschen einstellen, dass man, wir alle kennen ja, oder viele von auch meinen autistischen Zuschauern, die sich ja schon mit dem Thema Kommunikation beschäftigt haben, wissen ja zum Beispiel, dass wenn Menschen sich gegenseitig sympathisch finden, dass sie dann eine bestimmte Körperhaltung einnehmen und wenn der eine es tut, zum Beispiel seinen Kopf auf die Hand abstützt, dass der andere das dann im Gespräch, wenn sich diese beiden sehr sympathisch sind, das dann auch tut. Sie also auch die Körpersprache aufeinander abgleichen und das Sympathien herstellt. Und dass man das auch als zur Beeinflussung verwenden kann. Das heißt, dass man bewusst unterschwellig die Körpersprache des anderen imitieren, nachmachen kann, um sympathisch gefunden werden von diesen Leuten. Und genau da haben Autisten ja ihre Probleme. Autisten, weil sie ja selber auch Gestik und Mimik, Körpersprache nicht intuitiv wahrnehmen, verarbeiten können, da entsteht häufig eine nonverbale Kakophonie zu ihren Mitmenschen. Das heißt, die nonverbale Kommunikation passt zum einen nicht zu der nonverbalen Kommunikation der Mitmenschen sehr, sehr häufig und gleichzeitig senden ja Autisten häufig für ihre Mitmenschen verwirrende nonverbale Signale aus. Zum Beispiel, dass sie sehr, sehr ernst schauen, ungewollt, obwohl sie gar nicht ernst sind, obwohl sie innerlich gerade happy und ausgelassen sind. Oder dass generell Gestik und Mimik reduziert sind, dass die Stimmmelodie reduziert sind, dass jemand sehr monoton redet und so weiter und so fort. Und das führt zu den verschiedensten Unsympathien leider bei den Mitmenschen. Ich kenne extreme Fälle aus meiner Selbsthilfegruppe, wo Autisten permanent wirklich einen sehr, sehr, ja, wie soll ich das beschreiben, bösen, negativen, fast arroganten Gesichtsausdruck drauf hatten. Und das war dann sogar Thema innerhalb meiner Gruppe, dass dieser Mensch gesagt hat, alle sagen mir immer, ich würde so böse und arrogant gucken, aber dabei stimmt das gar nicht. Ich kriege extrem viele soziale Probleme aufgrund dessen, wie ich schaue. Ich kann das selber gar nicht wahrnehmen, wie ich schaue. Und wenn, kann ich es ja auch nicht abschalten. Ich schaue nun einmal seit 30, 40 Jahren so. Was soll ich denn jetzt machen? Und das ist natürlich in dieser Extremform ein erhebliches Problem, weil diese Person immer und immer wieder von jedem abgelehnt, der sogar aussortiert wurde aufgrund seiner Gestik und Mimik. Es gibt Gott sei Dank auch den umgekehrten Fall, dass ich auch schon Autisten kennenlernen durfte, die immer extrem happy, wow, super fröhlich, ausgelassen, einfach total sympathisch gewirkt haben. Selbst wenn sie gerade über negative oder schmerzliche Dinge erzählt haben oder Dinge, die sie wütend gemacht haben, diese Autisten konnten wirklich jeden, zumindestens mich, in ihren Bann ziehen alleine, dadurch, dass sie immer so eine tolle, positive Ausstrahlung hatten. Das ist krass. Aber man kann es sich leider nicht aussuchen. Und Autisten, wie gesagt, schauen zum einen häufig übermäßig ernst, haben eine reduzierte nonverbale Kommunikation und haben vor allen Dingen in 99,9% der Fälle immer das Problem, dass ihre Körpersignale eine Kakophonie mit den Körpersignalen der anderen Personen bilden. Und deswegen werden Autisten diskriminiert. Und das ist eine wirkliche Diskriminierung. Eine Diskriminierung im besten Sinne. Dass man sagt, ich finde diesen Menschen einfach unsympathisch oder ich will mit dem nichts zu tun haben oder ich kann den nicht leiden, weil, Pünktchen, 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 der guckt immer so. Ich weiß zwar, das ist ein ganz lieber und sympathischer Typ, aber der guckt immer so, ich kann das nicht ertragen, mir da ständig sein grießcremiges Aussehen reinzuziehen, deswegen will ich mit dem nichts zu tun haben. Und das ist leider für neurotypische Menschen ganz, ganz stark. Das wird ja unterbewusst, findet diese Kommunikation immer statt. Das ist ein, ich möchte es mal so sagen, ein kommunikatives Signal, dass sie sich immer reinziehen, was sie immer automatisiert verarbeiten und dass sie immer beeinflusst, was ihre Wahrnehmung und ihre Position zum Gegenüber betrifft. und deswegen können sich selbst Fachleute nicht davor schützen, ihre Klienten unsympathisch zu finden, selbst wenn sie rational um diese ganze Thematik wissen. Und das führt eventuell sogar zu einer schlechter Behandlung dieses Autisten. Es ist halt nun mal leider so, das ist menschlich. Ich kenne das, das kennen, das wird jeder von euch kennen, wenn er zu sich selber ehrlich ist. Wenn man jemanden unsympathisch findet, gibt es immer die Tendenz, wenn man sich nicht ständig massiv zusammenreißt, diesen Menschen schlechter zu behandeln, als er es eigentlich verdient hat. Das ist so, wow, das ist so hart, wenn man da einen hat, den man so unsympathisch findet, aus irrationalen Gründen dann ihn genau gleich zu behandeln, genauso fair zu behandeln, wie andere Menschen auch. Das ist extrem hart. Vielleicht als Ergänzung, um dagegen zu steuern, kann man dann übrigens die positive Diskriminierung verwenden und jemanden bewusst besser behandeln, als man es gerne würde. Auch das ist ja positive Diskriminierung und das ist übrigens auch ein Pro-Argument für diese positive Diskriminierung, dass manche sagen, deswegen soll man positive Diskriminierung verwenden, um Autisten, um Rollstuhlfahrer, whatever, besser zu stellen und somit eigentlich nur das zu korrigieren in den Bereichen, wo sie schlechter gestellt werden, als sie es verdient haben. Das ganze Thema ist sehr, sehr komplex. Ja, das ist der Nummer eins Grund, warum Autisten ständig diskriminiert werden. Und wir wollen das Video nicht zu lang werden lassen. Noch bitte gebt mir ganz kurz eine Minute für die letzte Anmerkung, dass die hier von mir gemachten Aussagen auch rund werden. Diese Einflussfaktoren, ja, nonverbale Kommunikation und natürlich, wie sich grundsätzlich einer verhält, sozial geschickt, sozial ungeschickt, Dinge, die tatsächlich im Autismus auch begründet sind, die führen dazu, dass Autisten zum Beispiel ja auch in der Schule von ihren Mitmenschen diskriminiert werden. Warum werden Kinder diskriminiert? weil sie anders sind. Ja, das reicht Kindern schon, um jemanden zu mobben und fertig zu machen. Du bist anders, ich mach dich fertig. Und wie, warum werden autistische Kinder andersartig wahrgenommen? Natürlich, genau wegen den Sachen, die ich gerade angesprochen habe. Das ist der Grund, warum Autisten häufig aus der Arbeit im Kollegium da fertig gemacht werden, diskriminiert werden. Das ist sowieso auch der Grund, warum Autisten in Filmen immer als Sonderlinge dargestellt werden und so weiter und so fort. Und deswegen, meine Empfehlung ist es ja immer, liebe Autisten, liebe Autistinnen, beschäftigt euch mit dem Thema Gestik und Mimik, nonverbale Kommunikation. Das ist wichtig, das bringt euch verschiedenste Vorteile. Auch hier nochmal der Satz, nicht um es anderen recht zu machen, sondern um es in diesem Fall in erster Linie, es sich selbst recht zu machen, um besser durchs Leben zu kommen. Ja, ganz, ganz wichtig. Nehmt euch auch einen Coach mit Gestik und Mimik, wenn ihr extreme Probleme da habt. Das kann euch wirklich sehr viel bringen. Nonverbale Kommunikation beeinflusst das gesamte zwischenmenschliche Zusammenleben. Und auch wenn wir als Autisten nonverbale Kommunikation nicht intuitiv und schon gar nicht so stark wahrnehmen, wie es nicht-autistische Menschen tun, tun es die nicht-autistischen Menschen sehr wohl. Und auch im Hinblick auf uns. Die nicht-autistischen Menschen sind nun einmal in der Überzahl. Und das ist auch wieder keine Sache, die ich gut heiße. Das ist eine Sache, die ich als Ist-Zustand einmal hier aussprechen möchte, als Beschreibung der Realität. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas inspirieren. Wenn ihr euch für das Thema Autismus interessiert, und ich selber habe die Diagnose Asperger-Syndrom abonniert, gerne diesen Kanal. Wenn ihr neu seid, rechts unten hier bei mir findet ihr meine Autismus-Playlist. Darüber noch eine Video-Empfehlung zum Thema Autismus. Da könnt ihr gerne jetzt sofort draufklicken und zum nächsten Video weiter sliden. Und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne Kanalmitglied. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, haltet die Ohren steif und lasst euch nicht von den NTs ärgern. Bis zum nächsten Mal.